Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal auf CSGOCASE.com Und wenn ihr Free Coins haben wollt, könnt ihr Alexis Gaming eingeben, dann kriegt ihr auf jeden Fall da ein paar Coins und könnt selber ein bisschen spielen. Und zwar spielen wir heute ein bisschen Slots, aber zuerst gucken wir mal was so im Market ist. Das sind auf jeden Fall ganz leckere Sachen hier, die ganzen Skins, aber die werden wir wahrscheinlich ähnlich bekommen, selbst mit einem H30 Spinner. Auch die Case wurde runter, sehr runtergegangen, aber ich werde auf jeden Fall keine Case aufmachen. Nur wenn ich sehr hart im Plus bin, ich würde sagen wir fangen direkt mal mit 5, 8, 8 an. Und schauen mal was passiert. Ich habe die Sounds ausgemacht, so, die Sounds wird auf uns leckt. Warum leckst du? Warum leckst du? Ja, ist ja klar. Wahrscheinlich, ich soll mal machen 1, 1, 8, 7. Vielleicht kriege ich ja irgendwas Gutes, das wäre ganz lustig. So, komm schon. Oh, die wäre nice, die wäre nice, sehr stark. Diesmal 2, okay. Machen wir gerade mal weiter, wenn es schon so läuft. Wenn es mal 2 ist, dann kann man nix und direkt verpackt. So, dann machen wir wieder ein kleineren Bett, 6, 2, 6. Mal schauen, was wir jetzt rausbekommen. Nein, die kommen auch nicht, was wir gerade. Okay, machen wir mal 2, 7, 9. Bisschen lowerer Bett. Danach machen wir noch 1, 9. Wenn ich jetzt irgendwas krasses bekommen habe, bin ich... Ey, hm. Okay. Wahrscheinlich alle AKs. 7, 2, 2. Ey, das ist nicht ernsthaft, oder? So. Oh, nee. Ey, das kriege ich auch nicht wahrscheinlich, gell? Oder doch kriege ich die? Ey, das kriege ich glaube ich nicht, gell? Doch, kriege ich. What the fuck. 1, 5, 0. Mache ich nochmal 500. Oh, wahrscheinlich kriege ich die. Wahrscheinlich kriege ich die. Okay, Alter, okay. In dem Ding sind wir jetzt echt so gegangen, hart. Das ist echt krass. Ja, wahrscheinlich kriege ich die. Würde ich selbst mal mit Meld 30 nicht bekommen. Ey, das ist so lächerlich. Ey. Melds. Okay, komm, wir slotten jetzt hier, bis wir was bekommen. Meld 1, let's go. Komm schon, gib mir mal wieder was. Ey, das kann nicht sein, dass ich nichts bekomme. Ey. Das ist so lächerlich. Wenn ich jetzt so Bruch gehe. 900. Wow, die kriege ich wahrscheinlich auch nicht. Aber doch, die kriege ich. Ne, die kriege ich auch nicht. Ey, Leute. Das ist jetzt echt rigged. Rigged ist fuck. Ja, warte mal, 30. Ey, wollt mich alle komplett verarschen, oder? Ich bin jetzt mit 3 Euro rausgegangen. So, mal gucken, was können wir noch machen. Free Pot war's Free Pot. Also, wenn wir hier komplett Bruch gehen, dann weiß ich auch nicht. Das wäre halt richtig lächerlich. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mache jetzt mit 2K und fertig. Ich mache jetzt ein 2K-Ding. Wenn ich jetzt wieder nichts bekomme, dann weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Dann bin ich auf jeden Fallbruch und das war's. Ja, wenn ich die nicht bekomme, dann weiß ich auch nicht. Ey, die bekomme ich auch nicht. Ja, mits. Das war auf jeden Fall echt krass. Mal gucken. Kann mir irgendwie History... Ne, Market History kann man nur gucken. Läuft. Läuft echt krass. Das war jetzt wieder echt sehr toll. Ich habe von Slots vielleicht, keine Ahnung, richtig Bruch gegangen. Richtig nice. Ich habe hier die Prozentzahl von... Ich glaube, ich habe 30% oder so, dass ich das bekomme. Richtig lol. Ich bin dann auf jeden Fall zum Bruch gegangen. Ich würde sagen, es ist mehr schnell likebar. Und noch oben ein bisschen für nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. Ich bin dann auf jeden Fall.